So Leute, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Run von Depp... Einigen, auf alles was war denn das für ein Geräusch? Naja, auf jeden Fall spielen wir heute ein Talent und zwar... ...Lords of the Flies und ich muss das Fenster hier ein bisschen verändern. So, jetzt sehe ich alles sehr schön. Und den schönen Stuhl wieder hinschieben, damit ihr das auch schön hört und so weiter. So, das fickt ja schon mal gut dann. So, jetzt hat... Also, Lord of the Flies, was macht Lord of the Flies? Lord of the Flies macht... Ich sage sehr oft, Lord of the Flies. Wir haben The Mulligan und Fliegenlaive... The Mulligan macht, dass wir, wenn wir schießen und einen Gegner treffen, es eine Chance gibt, dass wir blaue Fliegen beschweren und das andere macht, dass, wenn wir getroffen werden, gibt es auch eine Chance, dass wir eine blaue Flieger spawnen. Das heißt, wir haben ganz viele blauen Fliegen, wie ihr jetzt erzählt. Ja, so, wenn es aufliegt... Ja, äh... ...ist die fünfte Challenge, das heißt, wieder kein Goldraum. Was an dem Run eigentlich ganz geil wäre, wäre einfach nur viele Tiers. Da natürlich dann auch die Chance, dass eine Flieger spawned erhöht wird, weil ganz wen Tier ist. Deswegen wäre sowas wie der Kleiderbügel oder sowas. Oder Squeezy ziemlich geile Items. Ja, so, wir holen uns das Herz hier noch mit den Münzen und wir gehen da runter und da gibt es keine blaue Fliege, aber Aua! Den halten wir als Schaden und die hat sogar noch eine Bombe, das ist entgegen... Wollt ihr mich verarschen? Also, wenn es jetzt hier keine blaue Bombe gibt, dann schlafe ich immer neu. Heißkalt. Sowas ist ja einfach irgendwie nur noch scheiße. Lol, die eine Fliege wurde gerade digitiert. Warum nicht, ne? Komm, stirb, danke, danke, und, danke, und... Wir gucken uns noch den Boss an. Oder was gesagt, den Raum dort unten. Ähm, weil ich den Bau und Stein nicht sehr... nicht gerne über... Nicht überleben lasse, sondern da lasse, da dort ein potenzielles Schadens-Upgrade oder wenigstens ein... ...wenn ich jetzt drin wäre und das würde ich nicht... ...würde ich einfach nicht... ...legen lassen. Ja, Chalenters 5. Schade, ich hätte gedacht, es geht so... Na, so Lord of Christ Isaac. Und... ...und... ...und 9. Das finden wir zwar hier kein Blaustein einfach, weil das Kunstschon will, aber das ist nicht so schlimm. ...und... ...wenn ich wenigstens, ne, ba, meh! Zack, 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 weg, 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 zack. Danke! Boah, ich mag die Blauenfliegen irgendwie, die sind... die sind nützlich. Seht ihr? Die sind voll nützlich und so. Dieser Raum ist nicht nützlich, leider. Was heißt leider, zum Glück, weil der tut uns weh. So, das ist ein nützlicher Raum, der uns weh tut. und bieten dort weg das fliege A das Stolbombe sowas wie ich kann ich erst habe hier der kleine fliege Männer der kleine 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 kommt stirbt die Geburt er hat er Kulka Klaustein und da brauchst du das larry junior der gefürchteste alle base und ich auch was in den rein ich bin zu gut ich sag ja das gefürchtet unter den einigen auf eisig spielern einfach daher viel zu stark ist wie man ihn denn nein eigentlich überhaupt nicht Auer das war sehr effektiv in einem Satz so viele Scheiße es klingt so falsch aber es gibt sogar so viel Scheiße hier kaputt brauche ich überhaupt nicht aber naja so basement 2 schauen wir hier nochmal was es hier so gibt weil es wieder ist das letzte eigentlich was ich brauche ich bräuchte schon wieder oder danke so gut machen wir keine Arbeit machen alles kaputt und eine Bombe ausgezeichnet was mir auch noch lieb wird wenn ich entweder viele Tränen klar wenn ich entweder viele Tränen bekomme oder wenn ich Schaden das wäre auch ganz cool da ich einfach ja entweder selber spielschaden macht oder halt äh meine blauen fliegen schaden machen ach ach wie auch immer wie auch immer sagt er da und läuft voll in den Raum mit den kopflosen Dinger ne das sind was sind denn das keine Ahnung wie der heißen kopflose kopflose Blutspringbrunnen ne kopflose Blutspringbrunnen so heißen die jetzt du 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 oh blauer Stein und Geld you unlocked a forgotten harassment in the basement äh wir haben jetzt noch einen neuen Boss freigespielt der wie ich ihn wie ich ihn oh das war ja mal wieder vom Meister ausgewichen einfach mal rein rennen ähm a forgotten harassment ist einfach ein sehr sehr starker Boss wie also ich finde ihn sehr stark und sehr nervig voll aber näher ist dazu wenn wir ihn treffen und wer bräuchte noch eine Münze um 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 Ding also geil geil geimpft ja schon schön 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 das heißt wir kriegen die Schupp zu spülen und da ist er Rädering aber man Ticket das macht einfach das Prozent wie sagen wir so wenig müssen warte mal wir hatten 14 dann kamen nickel das heißt wir hatten 19 dann kamen noch 5 Münzen das heißt 24 ja ok das passt ähm irgendwas wollte ich noch sagen ich hab's wirklich nicht schaff drauf nein ding 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 wir haben noch eine Bombe sehr schön mams Trinket macht einfach dass wir ein weiteres Trinket haben dürfen das heißt wir haben insgesamt zwei Trinket Plätze ja ein bisschen voll OP und so so you know das heißt wenn wir zum Beispiel die Tick bekommen also die Zecke die kann man nicht mehr ablegen könnten wir noch uns ein zweites ein Trinket holen was natürlich ähm übels geil wäre übels geil und oh mh hier erstmal Stein hinlegen Pentagram nehmen und Ding nehmen also wir haben jetzt von Pentagram Schadens abbekommen und vom Stein haben wir jetzt ein blaues Herz bekommen das ist voll toll ich will diesen goldenen Schlüssel ich will diesen scheiß goldenen Schlüssel äh der goldene Schlüssel macht das Ding warte willst du mich verarschen alter viel weiter zu spüren spüren einmal können Hilfe einmal können wir halten oder was los was kaputt mit dir man nehmen ah greed guide hilfe komische sicher hier natürlich hübs auf mich komponfer stirb danke bombe yay ich bin allen ausgewicht und ich weiß nicht wie aber ich bin allen ausgewicht und ich habe hier unten hier unten hier unten hier unten nein da gehe ich nicht rein nein das will ich nicht ich hätte aber in den Reinguckern können da gibt es vielleicht einen Flugartell äh scheiße na was weiß ich kann den immer noch reingucken danke 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 es ist tot es ist tot wir haben zwei Schlüssel das ist gut ich weiß wir können hier dann schon schauen und dort diese bombe aus dem Weg gehen jetzt haben wir wieder zwei Schlüssel und fünf Pumpen ausgezeichnet ausgezeichnet äh ich will hier irgendwie in diesem Raum nicht sein da dieser Raum böse ist so viele ich hasse die die weiße Fliegen einen Schaden machen dass die dümmste Erfindung oder was heißt die dümmste Logik die ich in diesem Raum in diesem Spiel gesehen hab schau mal wie es sind passt die wir gegner aber wir machen die Schaden mit uns berührt doch wir sind ja so lustig genau dort 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 einfach alles tot ich hätte wissen was ich hätte hier nicht mehr hin dürfen komm schon komm schon du willst es auf ich weiß das hier ich höre die blaue Fliege ah danke so hier wird der Boss dann gehe ich noch mal in den Raum und hier schaue ich auf hier die Geräusche natürlich nicht dann schaue ich hier auf nochmal der Geräusche okay ja das ist super cool und we need to go deeper ist ganz lustig das Alter könnt ihr hier zuvor reinsetzen werde ich aber nicht tun da ich ähm da ist was ich muss vergessen da ist nur eine Küste eine genau da ich hier noch einen Job schon kann und außerdem haben wir hier noch die die den Boss schon offen also ist das ziemlich egal wir werden es in der nächsten Mal ich bin ja gleich einsetzen dann können wir gleich so voll cool üben überspringen wir nehmen den Bump Friend einfach mit der Bump Friend ist ein wunderbarer Gefährte er gibt nämlich für jede zig Milliarden Münzen dir mal ein Pick-up naja naja das ist ganz okay wir gehen auf jeden Fall hier hin weil er überschwimmen kann und sich somit die items hier holen kann wo ich nicht rankomme du bist so scheiße als ich das gute am Warnfeld ist erholt sich die ganzen items erst nachdem er nachdem der Kampf zu Ende war das ist ganz lustig wenn man da dann doch noch eine kleine Chance hat sich ein bisschen mehr zuhören ok das ist das nein das nicht bis zu legersten will ich wollte auf jeden Fall fliegen und bis sowas wie Tukov Fly ist bloß ein Spiel braucht also nicht ein nein scheiße bitte einfach weg 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 und die Krone noch na genau Pille so falls das bad trip ist will ich meine Herzcontainer haben danke so hier zack Benito Kottiba next day when the teesmines so na klar nekropolis wäre ja sonst langweilig war so zack 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 und wir müssen hier im abend fuß besiegen was ich nicht mal ansatzweise eine Ahnung habe wie wir das zum Beispiel schaffen können sollen da wir wieder aber weder 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 viel schaden haben also wir haben das bisher schon noch viele fähne genau das meine ich jetzt hat die tec die kann man nicht weglegen wenn man noch ein eigenes item finden würde aber sie lässt sich was halt auch mit 15 prozent überlegen es wollen was doch ganz lustig ist außerdem haben wir jetzt auch machen ich habe es gesehen ich habe das ist jetzt die sieht man zu behindert wohin die tippen achtet er lasst mich doch in ruhe ein lass mich hier höhe ich hoffe das lechste von der entfernung und geht so einen schrecklichen boss dort dieser und wie ihr seht 15 prozent weg erleben und hier ist es meine dinge zum glück vollkommen nutzlos meine 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 blauen fliegen da dieser boss eh nur von hinten angreifbar ist und wie ihr seht greifen meine blauen fliegen nicht von hinten an aber wir machen komischerweise in schaden ich weiß nicht wieso aber ich fühl's gut und hilfe nachher und die rote scheiße die er liegen das macht schaden mit ein halbes herz wenn wir deswegen sollten wir nicht und derzeit macht er nur noch komische künste das war so dämlich aber er ist tot natürlich so was hast du mir zu bieten ne ich glaub das was liefen für zwei herzen bei den dingen auf eifelke wiki eitem sich auf der rede nicht hätte dass sich für mich als wäre nicht verkommen Prozent die Beweite ausklappen das hier das ist das ist das das Bericht auf den Heidt Prozent der Spiele von Sima schwarzen Geist mit ihrem Blick Prozent ein Verletzter des Betriebs und Pflegungsführenden Möbel hat Pappappapp okay und das andere ist ein Bruder Bobbi dass er nämlich Prozent sie ist mit Kostwerk auf dem Schaden ist der vermeintliche Bruder von Eisebocker wahrscheinlich wurde er durch 1 6 Mutter getötet und ist nun ein Geist sie sind klar so vollkommen so jetzt will ich einfach mal ein Mythos auf den Grund gehen und zwar ist der Meli weil die ja rote Steintis ist mehr Möbel wenn also schießt es mehr ist sehr geil Prozent für mehr Schadenversorgung als normaler Rechte der Kassi stärker interessant zu wissen deswegen holen wir uns auch nicht den Sondern her nein komm wir spielen jetzt halt nicht so total risky das gute ist wir haben jetzt fliegen und spekuliert das heißt vor das tolle ist wie gar nicht sogar flipp wir sind in der Wump und haben einfach mal mal übersprungen aber es wird das wir müssen in dieser Ebene bis zum Umsatz kommen ja das ist gut so das gute ist wir können hier einfach draufstehen und sagen ja hahaha ihr könnt uns nicht treffen hahaha komm komm schon steh auf ok doch doch die Spectral Tears und die Dinge haben mir jetzt fast gebracht ich müsste theoretisch theoretisch müsste ich alter ich bin tot jo ich bin sowas von tot ich muss jetzt echt ich will erstmal den töten nicht danke so jetzt kann ich mich um euch kümmern ohne dass hier im ganzen Raum irgendwie scheiß Blutdinger rumfliegen kommt schon herzen herzen nein ich brauche noch keinen Schlüssel ich brauche jetzt aber ich brauche nur noch zwei Räume ach ja bis jetzt sehr schön blauer Stein okay ich weiß nicht wieso ich bin da jetzt unbedingt nachgeguckt habe ich habe das einfach im Gefühl dass da ein blauer Stein ist aber ihr könnt mich in die treffe habe ich euch ha 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 bitte ich habe ein püttliche Ohren sexy das da lüster karten die 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 wüste sind in der Reihe hoch und das ist so es macht Teleportet spielen in den Altenraum wenn das doch kein Geburte man sich gerade okay wie es gibt es ja das heißt es ist ein random teleport das heißt das brauchen wir nicht da wir in den Scheißraum theoretisch gut und die dieser Raum ist nicht weniger netz Euro kommen wir sie kommen hier doch nicht ohne ich habe ja oder zu den Augen und schaden gemeisterte hoch hoch ist jetzt jetzt zeige ich euch die skills hier im Raum sagt sagt und wir sind bei Marmon gelangt das alles in ein paar Dörter dann wird den Fall einfach 20 Minuten nein ich die Idee oder das muss ich jetzt kann ich hier durch lassen ich mich nie durch nein ich weiß nicht aber ich glaube es ist nur eingrad das Heart tolla macht mich hier angst Josh Joop, joop, joop. Ja, jetzt bin ich im D. Jetzt bin ich nicht zum Arsch. Aber die kleinen Maden lassen sich ja noch ausweichen. Fliegen die nicht scheiße Schreck. Und irgendwoher mach ich ein bisschen Schaden. Und ich hoffe einfach, das war's. Nein, war's natürlich nicht. Loki wird's mich verarschen. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, ich bin tot. Okay, hat sich 0 gelohnt. hat sich null gelohnt eine scheiße ich habe einfach nicht nachgedacht ich habe einfach aufgesammelt scheiße ich hoffe dass es bloß keine drei bosse sondern einfach nur zwei denn selbst zwei sind schon schwul verpisst euch ah loki verpisst dich ich sagte verpisst dich loki natürlich habe ich haben sie mich getroffen loki du bist tot du bist tot drei bosse natürlich natürlich drei bosse klar ja also wir sind ziemlich im arsch mit nur noch halb was er tötet uns was auch toll wir brauchen jetzt unbedingt den kratzen sind wir sowas von tot ich meine wir sind tot wir kriegen man nie im leben damit okay den raum den können wir noch schaffen den könnten wir noch schaffen das blöde swim zum lieben um dieses ding hier fertig zu bekommen müssen wir mal besiegen und ich frag mich wie aber es rote könnten herzen ja danke aber wir sind immer noch mit eintreffer tot hier ja alles du bist so ein scheiß dinge wieso genau habe ich dich noch mal mitgenommen da hat auf 8 ohne 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 erste bau ist aber so mit der bau war ich habe mir nicht anhaben er kann ich besuche das ist oder irgendwas anderes was ist dieses Spiel geht mir sowas von auf den Sack ne naja aber das war hier wieder nehmt bei Degen auf heutzutage für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, tschau!